Anfang Mai machten Gerüchte um eine Trennung von Jimmy Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geisler die Runde. Die beiden schweigen nach wie vor zu den Spekulationen, doch nun gibt es ein neues Indiz. Jimmy Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geisler, haben sie sich wirklich getrennt? Wie steht es um die Liebe von Jimmy Blue Ochsenknecht, 32, und Laura Marie Geisler, 26? Anfang Mai wollte Promi Wood aus dem Umfeld des Paares erfahren haben, dass sie nicht mehr zusammen sind. Weitere Details zu der angeblichen Trennung oder gar einem Grund für das Liebesaus gab es nicht, und auch Jimmy und Laura Marie selbst schweigen bis heute in der Öffentlichkeit zu den Schlagzeilen. Seither herrscht also Rätselraten um den Beziehungsstatus der beiden. Während sich der 32-Jährige zuletzt meist öfter, aber dafür ohne seine Freundin im Netz gezeigt hatte, teilte die wiederum vor allem Eindrücke aus ihrem Berufsleben als Rennfahrerin. Das Paar schweigt zu den Gerüchten um ein Liebesauspunkt. Doch vielleicht könnte Jimmy Blue Ochsenknecht nun ein neues Indiz geliefert haben, denn, abgesehen davon, dass der Sänger der 26-Jährigen nach wie vor im Netz folgt und auch alle gemeinsamen Fotos weiterhin online sind, legte er vor wenigen Stunden, 25. Juni, dann auch ein neues Instagram-Posting von Laura Marie Geisler. Zu einigen Aufnahmen, die die Blondine offenbar mit ihrem Auto in einem Kuhstall zeigt, schrieb sie, Kaus & Kars. Howdy! Ob das Like von Jimmy vielleicht dafür spricht, dass bei den beiden doch alles in bester Ordnung ist? Oder sind die beiden getrennt, verstehen sich aber vielleicht weiterhin gut miteinander? All das ist aktuell noch unklar. Laura Marie folgt dem 32-Jährigen übrigens nicht, doch das ist wohl wenig überraschend, denn die Blondine folgt generell nur einem Account, nämlich dem von Porsche.